jetzt du das war dann nur weiß ich ob von der Verbrunnen Portofo man hat Eure ich bin in Kraft und ein bisschen gebrägt hat er ja die ganzen ein Stimmungsans überarbeitet ich erinnere mich muss haben im Moment in den Genie dort auch schon und auch aus krebs die Täter und noch ein weil entweder Arbeit hier mit oder verpisst da ist ich habe das gefühl dieser 2 den wir haben der ist ein totaler anfänger warum haben wir keine ahnung ach geil das wäre mein erster token gewesen die glocke nennen so drei haken der runde ich mache gerade um den keller was wir also ein geist haben wir und dann gibt es die arbeit also die so war es immer noch die toxiksten von allen kann mann alter die survivors sind wie der genius ey twidy ball und der hat auch das können wir sind wenn der twidy ball im hangen gehe ich den retten weil ich möchte die tokens ich habe ich habe befreiung ja aber ich brauche die tokens für ja und ich brauche auch die befreiung es ist egal wo wir es kann ja auch ein hit in der nähe von dem typen kassieren siehst du ich gehe durch da ist hier in der nähe okay geh du bin beschäftigt okay aber in siehe das Ding noch mit er hat der Typ hat in die Kiste aber er kostet bleibt noch mal stehend wollte vor Ort so die falsche Richtung 10 bis 15 minuten größten das ganze dauert manchmal auch drei minuten vier minuten die war hat er wo ist der scheiße wo ist schleichen die strom vertreuert das Wort die Bolschleiter nachvollziehen an der wäldigen Ah, ich hätte nicht den Spendofi... Vorhaben aber also kurze Einschätzung, er ist kacke ich hab ihm so schlecht 360, Alter das war so reudig da hätte ich nicht mehr schießen gehen können oder so hey, er weiß gar nicht, warum Paletten zerstört immerhin etwas Komplett nochmal Maria Man pressen Max nicht rein Micro Ok, das versteht warum Hauen wir mal den Dwight Ich hab Deck Easy Dead Hard Ja, ich hab grad ein gutes Dead Hard gekloppt, also Ja, mein Dead Hard ist genau in seine Keule reingekommen Boah, halt, jetzt beeil dich doch Ich fahr so zwei Der Typ braucht seine Zeit, bis er hier rübergekommen ist Und er springt runter in den scheiß Keller, Alter Wie geht's best hier Ja, das war's, der Typ wird zurück Man stimmt, dann Befreiung, Alter Hey, Dwight hat's raus geschafft Und dann Lutscher holen, lass mich einmal schön heilen Und dann Lutscher holen, lass mich einmal schön heilen Das ist ein bisschen der Typ spielt Neubert Wartmann ist leicht die ganze Zeit hinter mir rum Oh, trifft deine Wahl Die beiden The Baid habe schon gemacht Der Bade, Motherfucker. Nope. Schön, dass du mich mit Triff deine Wahl verfolgst. Ey, Bock auf nur noch Shaq. Ah, Shaq ist tot, okay. Ist der doof, ist der doof, der Typ. Bade. Bade him. Komm doch mal schneller, Mann. Ach so, der ist schon. Der ist dumm. Der ist so... Ja, aber einen kleinen Tunnel, daten Tunnel-Touch mit Wissen gehabt. Und das war schön mit dem Spiel. Ein bisschen mal respektieren, wenn jemand zum Beispiel Plox hat. Daneben. Ich hätte nicht durchs Fenster gedrückt, gesollt. Ich hätte einfach weiter rennen sollen für den Logo Nummer 36. Ich bin tot. Weil der Dwight nicht zu spät retten kam. Ja, ich war ja auf dem Weg, dann kommen wir da ja wieder her. Ja, du warst abgelenkt, aber... Wär der Dry nicht in den scheiß Keller gefallen, der Spaten, Alter. Ja. Ganz ehrlich, das ist lächerlich. Ich bin sehr gespannt, dass wir das hier sehen. Ja. Und die wollen auf dem Dwight-Dipo ran. Ey, aber das war ein geiles erstes Merk, muss ich zugehen. Ja. Wo mir was gerade so spüren hat. Trifft da die Wahl, Alter. Wie spüren. Ich hab sogar einen Pip. Ja. D-H Ey! Der! Bei welchen Duright ist drangen 19. Beweise dich auf Drei. Bindung und Plünderspürsen. eines war Rang 3 und er... Killer ist Rang 15. Wer ist Rang 3 der Survivor? Rang... ...13 war der andere experiencing. hat er mich jetzt ernsthaft verloren schade er hat keine clips oder so mit seinem hat mich jetzt ernsthaft verloren erlauben er hat mich vorhin noch einmal verloren muss in Japan in Japan es versuchte die ganze Zeit kannst du aber nicht bring her around the Rosie Da warst du aber ein bisschen zuhafen mit von hier. There's the dead heart. Hier ist es lang. Okay, das war glücklich, dass er den getroffen hat, also ganz ehrlich. So, Dwight ist gleich mal wieder ein Baby überlebt. Und jetzt direkt da auch locker. Oh, und wenn der Barbecue sich aufgehangen hat, ist er genau zu mir gekommen. Ja, könnte sein, das ist ein Baby, ja, du bist jetzt zu Ende, um was zu tun. Ich habe da keinen Verzerrungsdeck gehabt, deswegen weiß ich auch leider nicht. Ja. Soll ich mal zugucken? Soll ich mal gucken. Guck mal, was du jetzt so schaffst. Mann, der jetzt überlebt, Alter, das Dümmste von einem. Hedge kriegt er schon mal nicht. Nein. Alter, guck mal, da krieg ich die ganze Zeit eigentlich der Typ. Ne, Mann, da war vorhin bei mir der Moment, ich bin an der Shack, spring durchs Fenster, renne um den Baum drum, der Typ kommt von außen, geht durchs Fenster und hat mich verloren. Hat mich nicht gesehen. Dann hast du bei mir ein bisschen gesehen, wie der gespürt hat. Es ist traurig, dass wir gegen sowas verlieren. Hm, hier ist scheiß drauf. Und tschüss, du alt. Ja, komm, dass er den kriegt, das war ja wohl lächerlich, weil du musst, dass der... Der hat die ganze Zeit überlebt, der hat die ganze Zeit überlebt, der hat nicht einmal gehangen, ne? Null. Doch. Doch. Doch, der hat einmal gehangen. Stimmt, den hast du am Anfang gewählt für Befreiung. Genau, du hast Tiere. Aber der hat die ganze Zeit nie gespielt danach, die ganze Zeit... Ja. War halt komplett behindert, das ist der erste, die sofort disconnected ist. Das war halt unser Ende. Ja, die ähm... Claudia. Wo war das? Ja, die Claudia. Wahrlichkeit, PopGhost... Verbrittetest du Murmel und PopGhost... äh, und deine Wahl. Kein Barbecue. Kein Barbecue, okay. Kein Barbecue. Genau, wo ich gleich war, haupte. Interessant. Mhm. Disconnect da drin, okay. Ja. Hab der in Toolbox noch einmal mit aufgehoben gehabt. Valiert man das eigentlich? Ja, das verliert man jetzt. Ja, stimmt. Ja, ich habe es schon. Ja, wir haben das, irgendwie nicht zu tun. Ja, ich habe es Juventus gesehen. Ja, ich habe es schon. Vielen Dank.